Hey, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Jetzt habe ich mal ein wenig vorgearbeitet. Ich, ähm ja, so sieht man das ganz toll. Ich war in jedem einzelnen Cluster, in jedem einzelnen Sternsystem, sagen wir es mal so, und habe sämtliche Planeten überprüft, nach Anomalien erforscht. Ich habe da auch ein paar Klammern gefunden, die Mene habe ich gefunden, zum Beispiel Bloodpack-Basis, äh, hier in der Mitte haben wir Eclipse-Präsenz, äh, nochmal Bloodpack darüber, babababababababab, was haben wir noch? Ähm, hier, im, 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 äh, Hades-Nexus. Die Quarianische Abstelle, da ist irgendein Raumschiff auf dem Planeten gewemst. Ansonsten war es das auch, glaube ich, schon. Ne, hier noch irgendwo Ressourcen abbauen. Hier, ist das, glaube ich, genau. Und dann ist, dann habe ich mal so überall rumgeguckt, dann habe ich das hier gefunden. Das ist das erste Mal, dass ich die Scheiße hier unten sehe. Und dann müssen wir für Cerberus irgendeinen Doktor retten. Ne, gar nicht wahr, für, 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 äh, für Anderson? War das für Anderson? Auf jeden Fall für die Allianz, irgendwie Wissenschaft oder sowas sollten wir da retten. Und ich glaube, das ist das hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann würde ich sagen, gehen wir da nämlich jetzt direkt erstmal runter. Gucken wir uns die Scheiße da unten an. Was da so passiert ist. Und ob wir die da irgendwie schade rauskriegen. Alter, da muss ich ja, glaube ich, sogar ganz alleine rein. Wenn ich, ja, da muss ich alleine rein. Haha. Ja. Prächtig. Dann will ich das mal versuchen. Nein, gar nicht wahr. Man darf es ja nicht versuchen, man muss es ja machen. Wer hat das nochmal gesagt? Ich versuche es nicht, tue es. Ich glaube, das war Morpheus aus Matrix. Was haben wir hier? Ah, okay. Jetzt kommen wir hier rein. Prächtig. Prächtig. Aha. Brückensteuerung. Okay, mach mal an. Was denn? Was ist denn hier los? Nicht? Ja. Gut, gut. Dann. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, jetzt machen wir uns das. Tja, stehe ich hier? Komme ich hier weiter? Ach, hier muss ich. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Oh, verdammt. Scheißvieh. Warte, 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 warte. Wo will er hin? Kloppt das Vieh. Waren, die Batterianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben hier runter. Ich muss Dr. Canson rasch finden. Ja. Ja, ja. Müssen wir. Machen wir weiter. Da liegen, hier liegen tote Wörterns ohne Ende. So, was haben wir hier? Oh, da ist, da war noch einer. Dich genau gesehen, mein Freund. Wo ist er denn? Er ist abgehauen. Ganz schön runtergekommen. Oh ja. Selbst für ein Gefängnis. Wie willst. Alter Vater. Scheißvieh. Was? Was? Pst. Lass mich hier erstmal gucken. Bis hier noch was... gibt's. Äh, hä? Warte mal. Ich bin... Wo bin ich denn? Wo hätte ich denn? Ich werde mich hier übelst verlaufen, so wie es aussieht. Warte doch mal. Wo bin ich denn hier? Ach, hier hätte ich... Ja, toll. Da hätte ich... Ja. Ah, Shepard. Mein Gott, nochmal. So. Hier, hier können wir nicht lang. Da war noch was. Was ist das? Okay. Wow. Vorsichtig. Ich weiß nicht. Ich guck mal. Was ist das? Oh, oh. Oh, alter Vater. Alter Vater. Boah. Kannst du mir nicht machen. Ehrlich. Was? Warte. Warte. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss da hoch, aber... Ich will da eigentlich noch gar nicht hoch. Mal gucken. Was passiert, wenn ich... hier dran drehe? Okay. Okay. Warte. Ist das jetzt da hinten vielleicht ausgegangen? Ja. Perfekt. Was haben wir denn hier? Sehr schön. Das ist wertvoll. Aha. Ah, guck, hier geht's nicht weiter. Angeblich wemelt es im Asteroidengut von Menschen. Wie ungeziefer. Ist man denn ergens sicher vor dir? Wir sollten sie alle auslöschen. Aha, aha, aha. Wenn du das sagst, glaub ich dir das mal. So. Wo müssen wir denn... Warte mal. Das wieder anmachen. Das richtig ist, keine Ahnung. Das wieder ausmachen. So. Lass mich mal entspeichern. Sie wollen mit einem Asteroiden das Massenportal rammen. Geht das überhaupt? Was spielt das für eine Rolle? Sie haben sie erwischt. Aha, aha, aha. Gibt's da was? Nein. Wie gesagt, ich hab das hier noch nicht gespielt, aber ich glaub, ich weiß, worum es geht, als der das jetzt gerade mit dem Asteroiden gesagt hat. Ich mein, da kommt ne Teilgeschichte von in Mass Effect 3 nochmal vor. Sie ist immer noch unten im Gefängnis. Aha, aha, aha. Ich würde sie einfach umlegen. Ein Menschen zu verhörter Zeitverschwendung. Hier bleibt mal schön da stehen, ne? Was war das? Was ist hier denn jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Mein Schild ist nicht mehr aktiv. Machen wir das mal eben. Tut mir leid. Fuck. Hat der... Hat was geschmissen? Nein? Gut. Doch. Irgendwas war da. Was ist denn hier los? Ich berge Müll. Ja. Ja. Ich spiel auch mit Kackahäufchen. Okay. Da können wir raus. Dann nehmen wir das mit. Wo kommen wir denn jetzt... Hier rein? Was ist das hier? Ich hab keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier rein. Nachher kommen wir doch nicht mehr zurück, wenn wir da runter gehen. Hier ist nichts mehr. Hier haben wir auch nichts. Gut. 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 Äh. Wo bin ich jetzt? Okay. 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 Ich glaub... Äh? Achso. Okay. Ich glaub wir müssen hier... Nein. Wo bin ich denn hier? Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Hinten vielleicht? Nein. Hier ist zu. Ähä? Gehen wir nochmal hier raus. Ich bin noch vorhin... Ah, hier. Glaub ich. Ja. Sieht zumindest ganz danach aus. Als würde es hier weitergehen. Was? Hab dich genau gehört. Mach mal auf, das Ding hier. Wie machen wir das am besten? Das tut mir leid. Das auch. Zumindest ein bisschen. Alter, was da? Schnauze. Ich habe 47 Tage am Stück gearbeitet. Und jetzt haben wir auch noch Menschenrunden im Gefängnis. Nie krieg ich mal eine Pause machen. Diese Kolonie hat 300.000 Einwohner. Da müsste es doch jemanden geben, der mal eine Nacht für mich einspringt. Nein. Gibt es nämlich nicht. Hier wird mal locht, bis der Tod umfällt. Jetzt kommt ein Schalter rein. Was? Kommt da einer raus? Nicht? Okay. Aha. 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 Perfekt. Gehen wir hier mal weiter. Warte mal da unten. Was ist das denn hier? Was muss ich denn jetzt hier machen? Das ist mir ja viel zu kompliziert alles. So. Pass auf. Äh. Hallo? Nein. Das ist so nicht richtig. Glaube ich zumindest. Oder? Lass uns mal hier hochgehen. Allihop. Und drüber. So. Ja. Perfekt. Perfekt. Mhm. Was macht der hier? Aha. Geh mal wieder hoch. Du musst einen weiter nach links. Das ist dann wahrscheinlich der Knopf hier. Ja. Perfekt. Runter. Jetzt wieder hoch. Geh mal einen zurück. Was macht man mit dem? Ah. Okay. Wieder hoch. Einen zurück. Verdammt. Was willst du mit dem Ding hier? Ich weiß gar nicht was ich hier machen soll. Äh. Pff. Tja. Ich hab keine Ahnung. Ah. Warte. Da hinten haben wir was. Ah. Siehst du wohl. Das könnte nützlich sein. Ah. Okay. Muss man mir auch sagen. Ich dachte ich müsste da jetzt irgendwas mit machen. Aber ich sollte das einfach nur da weg machen. Dann bin ich da hinten dran gekommen. Naja. So. Na okay. Haha. Sehr schön. So. Das Abhören der Com-Barkten zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Kenzen Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Kenzen Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhörer hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Aha. Gut. Gut. Wiederhelfern scheint die Anführerin. Wenn sie nicht will, umleben. Ist denn da nur zwei? Ja, sieht ganz so aus. Tut mir leid. Das geht so gar nicht. Willst du mich verarschen? So. Perfekt. Munition. Was ist das hier? Mit Zelle, so wie es aussieht. Aha, aha, aha. Wo geht es denn hier hin? Ah, okay. Da gehen wir noch nicht rein. Ich will erst mal hier gucken. Aha. Okay, okay. Das machen wir hier aber erst im nächsten Part. Wollte ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.